So, willkommen zu einem neuen V-Test. Äh, diesmal teste ich NES Open Tournament Golf. Ähm, eigentlich nur der Vollständigkeit halber. Machen wir mal ein Tournament. Ah, ich werde sowieso nicht bis zum Ende spielen. 18 Stunden Tournament. Äh, US-Japan-Kurs habe ich bereits schon gemacht, manchmal UK. New Game. 1000 will be detected from your winnings. Jaaaas. Now the UK course tournament starts. Mario, please tee up on the first hole. What? Warum? Hallo? Ah ja. Oh ja. Tee up on the first hole, ja? Das ist Mario. Da kommt glaube ich sogar auch das Smash Bros Outfit von Mario her. Swing noch mal fast. Oh lol. Äh. Die meisten Yard legt das zurück. Nehme ich mal den. Den. Wollen wir mal den. Wollen wir mal den. Wollen wir mal den. Ich glaube, wenn man den unten macht, findet's ein bisschen höher, oder? Ah, ich komme ja nicht mit Golf Null aus. Bam. Ach ne. I made a mistake. I made a mistake. Ich muss. Ja, genau. Ich habe vergessen, wie es funktioniert. Ähm. Ja. Passed. Mach mal. Mach mal nochmal so. Wollt's schon funktionieren. War's gut. Fliegt ein bisschen hoch. Aber vom Prinzip her. Ja. Geht schon klar, oder? Deswegen mach mal Matt. Bringt das ja. Ach so. Ah, klappes Ding. Das muss ich schon zugeben. Na gut. Ich hatte jetzt vergessen, dass man bei dem Putter eine andere Schussart hat und dann nicht erst. Ja, zu. Ähm. Triggle. Burgi. Sieben. Geht eigentlich sieben Punkte. Schuss. Äh. No. Ähm. Swing machen wir nochmal fast. Was ist das denn jetzt? Green. Ach so. Ne, Access will ich nicht eigentlich. Okay, das war ein schön schlecht beim ersten. So. Was muss ich jetzt drücken? Ach so. A muss ich drücken. Böse. Mach's doch mal so. Zack. Reicht das? Ja. Tut es. Fast. Genau. Ist das weit genug? Ja. Keine Ahnung. Ich hab jetzt. Irgendwie drauf geschossen. Hauptsache. Na ja. Knapp. Das war sehr knapp. Top. Was? Ist doch nicht dein Ernst. Ach das war nur ein Fünfer? Das geht doch eigentlich. Also jetzt ernsthaft. Da ist das vielleicht besser als von Top. Ich probier's mal aus. ás. Äh. Naja. Sieht das so aus. Ja, wobei. Ich tu nicht wissen. Mach mal das. Das war ein Stück zu weit. Was ist denn überhaupt ein paar? Steht das hier irgendwo? Ach, oben fünf. Ich kann das nicht abschätzen, wie weit das fliegt. Also ist mein dritter Shot. Ja, was ist denn das jetzt? Junge, Junge. Ja, toll. Hätte ja nur fast was werden können. Ja gut. Ja, ja. Das war's dann. Ich mach das sowieso hier mit diesem Golf, nur der Vollständigkeit halber. Was? Ich will gerne liegen. So, wo der Ball liegt. Und guck mal, was passiert hier? Also der Kurs ist einfach nur. Interesting und Replay. Zeig meinen letzten Schuss. Leaderboard. Billy. Tina, Pete, Gloria, Miyamoto. Was macht der denn hier? Na ja. So. Ein Spätrück zeigt es den Ohren. So, ich kann jetzt noch etwas machen, und zwar ein Art Reset. So. Das war's. Mit NES Open Tournament Golf. Alles mir zu hell. Mit dem sehr guten Spiel. LoL. LOL. Ähm. Player Stats? Options. Gibt's hier was? Back-Run Musik. So. Okay. Player Stats. So, da kann ich nachgucken. Weiß man nie. Tournament Raster. Hab ich die falsche Taste gedrückt. was machst du? Barry, Billy. Billy ist glaube ich sogar noch in den späteren Mario Golf dabei, in den besseren. Okay, das ist wohl nichts. Was? Komm, wenn wir schon mal dabei sind. Gut, das war's dann mit Mario Golf und tschüss.